Im Publisher gibt es die Möglichkeit, einen Katalog zu erstellen und zwar nicht so, dass man hier einfach drauf losgestaltet, hier entsprechende Produkte in ein Dokument reinzieht, sondern man kann sich das so vorstellen wie bei der Seriendruckfunktion in Word. Man hat praktisch eine Bildquelle erstmal, dann eine Datenquelle, sieht so aus, man hat hier ein Produkt aufgelistet, eine Beschreibung, eine ID kann man vergeben, eine Preisliste natürlich, aufpassen hier, das darf kein Zahlenformat sein, das muss man hier als Text formatieren, und die entsprechende Bildquelle, wo diese Bilder hier genau zu finden sind und wenn ich hier im Publisher bin, sage ich Einfügen und dann sage ich Katalogseiten. So, das funktioniert jetzt folgendermaßen, zuerst braucht man natürlich diese Datenbank von vorhin, diese Excel-Datei, hier kann ich sagen, vorhandene Liste verwenden, natürlich kann ich auch sagen, neue Liste eingeben, dann schreibe ich das halt hier entsprechend rein, aber ich sage vorhandene Liste verwenden, schauen, wo die gespeichert ist, Desktop, Büro, Angebote, Verkaufsliste, das sage ich hier OK. Und hier habe ich jetzt den Inhalt der Excel-Datei, die Datenquelle, wie die heißt, Produktname, Beschreibung, Preis und wo das Bild liegt, dann auf OK klicken. So, und das funktioniert jetzt so, es ist praktisch wie ein Serien-Druckfeld in Word, ich kann jetzt also hergehen und sagen, Produkt, das etwas ranzoomen und in der Ergebnisvorschau sehe ich zum Beispiel schon mal Tacker und ich sehe auch gleich, wie der das aufbaut auf der folgenden Seite. Ja, ich kann jetzt also hergehen, kann dieses Tacker zum Beispiel größer machen und kann das hier unten rechts positionieren, dann wird es in den anderen Feldern auch so positioniert. Dann kann ich hergehen und sagen, Bildfeld, Bild, dann wird hier das Bild eingefügt, kann ich auch größer machen, hier links oben in die Ecke setzen und das wirkt sich auch gleich aus auf die anderen Felder. Allerdings, das ist noch nicht der fertige Katalog. So, dann brauche ich noch hier Beschreibung. So ein bisschen quer machen und dann fehlt natürlich noch der Preis. Das möchte ich noch ein bisschen größer hier machen und mal schauen, Füll-Effekt quer. Ja, funktioniert hier auch. Was fehlt noch? Ich glaube die ID. So, damit hätten wir alle Informationen, Bilder können wir noch ein bisschen größer machen vielleicht, auch das Preisschild, jetzt ein bisschen drüber setzen und es wirkt sich auf die anderen Felder entsprechend aus. So, das ist praktisch unser Hauptdokument, hier hat man die Vorschau entsprechend, wenn man sie einklickt, man kann sich auch hier jetzt auf die einzelnen Seiten durchklicken, wie es dann später aussieht. Also hier sind sechs Produkte drauf, auf der nächsten Seite sind dann nur noch drei Produkte drauf, insgesamt sind es halt neun Produkte in der Datenquelle. Und hier hat man auch das Button von Word, was wir aus Word kennen. Wenn wir hier draufklicken, dann geht ein neues Fenster auf und hier sehe ich dann entsprechend die Katalogseiten. Und hier könnte ich mein Deckblatt gestalten und habe hier dann entsprechend den fertigen Katalog und kann das entsprechend dann ausdrucken. Einen kurzen Hinweis noch zu den Bildern, also wenn ich hier in der Excel-Datei nicht den Pfad hier reinkopiere, sondern nur die Bezeichnung, wie dieses Bild heißt, dann kann ich noch Folgendes machen und zwar hier bei Bildfeld, weitere Bildoptionen und ich kann hier sagen, bei Bildordner angeben, hinzufügen. Und dann kann ich entsprechend den Ordner suchen, wo die Bilder gespeichert sind. Das wäre dann in dem Fall Büroangebote, sage ich OK. Und dann würde es ausreichen, wenn ich nur die Namen der Bilder entsprechend in der Excel-Liste aufgenommen habe.